Ich habe dich lang genug ignoriert. Das habe ich nur davon. Du da. So, weg mit dir. Ich sollte eigentlich richtig gemein sein, jetzt mal. Squads. Töten. So, wo ist denn da jetzt der Hinter-X-Bow-Leder? So, wo ist denn da? Okay. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 haben wir nur noch hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 haben wir hier. Hm. Tja, jetzt brauchen wir erstmal einen neuen Dungeon Master. Gratuliere, du bist der neue Dungeon Master. Wo heißt Dobar? Wo heißt Dobar? Ja. Dich. Du bist jetzt unser Jailer. Du bist jetzt unser Jailer. So, jetzt rufen wir mal nach Lore. Der ist nämlich jetzt unser neuer Soldat. Das Soldat? Das Soldat? floating ja. Aber sie kennen es sind leer. Sie kommen neuere Übersambel. Was ist jetzt für ein Alert? Stoneworker has been found dead, mit wem hat der jetzt gekämpft? Hä? Stormworker is fighting. Okay. Auch gut. So, du bist jetzt der Leader von dem Squad. Jetzt können wir wieder Positionen hinzufügen. Nehmen wir dich. 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 Und dich. So. Oh, hier sieht es schon mal schön aus mit der Limestone Road. Wieder ein depressives Kind. Oder schon wieder dasselbe depressive Kind. Und machen wir 20 Wunden Bins. Wir haben so wenig Wunden Bins irgendwie. Oh, was machst du? Ach, Spin Thread. Ach, weil das H ist. Okay. Gut. Äh, Equipment ist ein bisschen mau. So, aber gut. Gut. So. Da saft er gerade, weil wir das nächste Jahr erreicht haben. Hm. So. Die nächsten Invasion haben wir praktisch vorprogrammiert. Total Straight Dog. Okay. Spring. Ja. Oh, wir haben schon wieder keine Kohle mehr. Hm. Also nochmal. Oh, ich weiß daraus. Könnten wir so einen Task machen? Charcoal. So. Wenn wir so viele haben. Und dann. Wenn wir mehr als 20 Logs haben. Und wenn wir weniger als 5 Kohle haben. Dann mach neue Kohle. Und dann. Wild Force of Darkness mal wieder Snatcher, protect the children, ja Erstmal das Wichtigste zuerst, alle Levers pullen Leute, wo seid ihr? So, dann heißt es jetzt erst einmal Dass hier nicht mehr trainiert wird Und dass wir im Crafts Dwarfs Workshop Bone Bolts herstellen Und im Smelter Nee, halt Metalsmith Workstop Mach mal bitte Copper Bolts Ach, das geht mir zu langsam Copper Copper Bolts 20 Stück Wie sieht denn unsere Wild Force of Darkness Wie sieht das so aus? Nicht wirklich heftig Nicht wirklich heftig Wie sieht das so aus? 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 Und das wäre wie saß Der Wichtigste wird aber auch sein Ja, es wird auch sein Wind mir Wenn ihr hinten Und die Kostüter Dann geht das so aus. Wenn ihr in heaven Önnehmand Dwarven-Chayta has been found dead? Oh. Ja, es war definitiv ein Fehler, so die Links zu bauen. Das wird mir jetzt eine leere sein fürs nächste Mal. So, ich schicke euch schon mal hier hin. Dann gehe ich zu diesem Lever und pull den mal. Kann man hier mal sagen, wie da ein Goblin, können die fliegen? Okay. 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 Vielen Dank. So, sind alle Snatcher weg? Fast alle. So, sind alle Snatcher weg? Okay, ich würde mal fast sagen, okay, hier erstmal hier runter, nicht da oben rumstehen. So, ich würde aber mal sagen, wir speichern hier erstmal an dieser Stelle. Wir machen einen Cut und in der nächsten Aufnahmesession legen wir uns dann mit den Invasoren an. Man merkt, ich bin ein bisschen eingerostet, was die Planung von dem Fonds angeht. Das würde ich nicht solche Leichtsinsfehler wie die Garbage Stamp machen. Aber gut, wir machen jetzt hier erstmal einen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder.